Guten Morgen. Letztes Mal diesen Ausblick genießen, Sachen zusammenpacken und dann geht's los. Bis später. Liebe Leute, wir sind dabei, Slowenien gleich zu verlassen, kurz vor dem Caravankentunnel, machen jetzt noch mal eine kurze Pause. Unsere Leute haben gerade geschlafen im Auto, gespannt, läuft sehr gut, hoch zufrieden mit Wohnwagen und Zugpferd, sage ich mal. Und ja, sonnig ist es ja auch, schön, zwar bloß 15 Grad oder so, aber ja. Na wie gesagt, 20 Uhr, 7 oder 8 Uhr, mal gucken, was es wird. Ich halte euch auf dem Laufenden, bis später. So Leute, Google hat uns mal wieder über Wege und Strecken geschickt, wo ich dachte, so, hui, haja, haja, ganz heik das Thema. Aber wir haben es geschafft, wir waren jetzt gerade noch mal tanken, haben uns jetzt noch mal ein bisschen Verpflegung geholt, machen jetzt sozusagen Mittag, ein sehr spätes Mittag. Und ich bin eben gerade durch hart an der Alt gefahren. Sehr geiler Ortsname. Und haben noch ein bisschen mehr als 560 Kilometer auf der Uhr. Und dann werden wir mal sehen, wie es weitergeht. Bis später. So Leute, letzter Stopp. Es sind jetzt noch auf der A9, gleich geht es auf die A14 und dann haben wir es geschafft. Dann haben wir es geschafft. Dann hat der Tag ein Ende. Ja, legen wir mich nachher nochmal auf sicher, dass ihr sicher sein könnt, dass ich auch wirklich zu Hause angekommen bin. Bis später.